Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Boyfriend 2. Wie schon in der nächsten Folge sind wir auf den Waldmond Endor. Die Wohlstand ist kaputt. Das war schon vorher kaputt und jetzt müssen wir die Plattform 4 erreichen und uns bei den anderen Truppladen zusammenschichten und dann den Mond evakuieren. Ich bin mal gespannt. Das passt auch noch. Läuft. Let's go. Okay. Weiß Bescheid. Was sind sie denn? Da? Ich hab nicht Kontakt. Wir sollen hier. Was ist das? Was ist das? Nur da! Das hat nicht so gut funktioniert. Wo ist sie denn? Das war's. Cool. Was ist das? Was? Alles klar. Da ist ein Rebellenhinterhalt. Wir haben einen Shuttle verloren und werden überrannt. Jupp. Aber erst mich. Nein. TLD 19x. Was ist das denn? Was ist das? Äh. Sniper. Ne, will ich nicht. Was ist das denn? Oh. 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 Das ist doch schon mal nütz. Wir sind hier. Also wir so eine Aussichtskiste glaube ich. Gut dann. Stoßen wir mal zum Hinterhalt. Ja. Ja. Es geht erst dann hier durch. Let's go boys. Was ist das denn? Wahnsinn. Was sind sie denn da? Was sind sie denn? Ah. Drei sah der nicht geschockt. Hä? Hä? Wo kommst du denn her? Ähm. Geh. He he. Was? Du hast überlebt? Geh. Feuern. Und. Geh. So. Bam. Weg mit dir. Du bist auch drauf. Bam. Was war's das? Ne. Uh. Okay. Dann nehm ich mir gleich. Oh. He he. Wo kommst du denn immer her? Alter. So. Das nehm ich dann an. Nice. Wohin. Warte mal 4 erreichen. Okay. Let's go. Nicht mit Spezialanheiten gerechnet. Oh. So soll sein Sergeant. Dennoch stehen wir in ihrer Schuld Commander. Echt mal. Also. Ich will jetzt eigentlich schon so ein ähm. So ein. Wir sind nicht mehr lange hier. Wohin. Komm mal da. Oh da oberste Schiff. Weißt du, ich kann den Vogel abschießen? Ja. Wir lassen mal lieber. Bevor jetzt. Ich weiß es ja. Was ist da? Bereit machen, hart. Äh. Was ist das denn? Offiziell machen die Verbindungen effektiv werden können. Ah okay. Erst offiziell und dann das ausschalten. Okay. Was ich jetzt sagen wollte. Ey. Die Schulden mir auf jeden Fall Döner. Dönergebab. Mit Spezialsoße. Ganz wichtig. Okay. Den muss ich eliminieren. Wie mach ich das denn jetzt? Ah, hat man fahrt. Ne. Ich mach das einfach Wuh Eif BAMS Ich hab die Sicht gewechselt, da wollte ich nicht Wollte ich aufstehen, aber okay Ja, muss ich sagen Es ist ein bisschen wie Warlegia, ne? Was denn der? Oh, was war das denn? Wuh Wuh Hä So nicht Kollege So Immer noch? Ne So Geht halt aber Geht das? Geh ich falsch an? Ne, ok. Oh, heiß! Ich selbst weiß, das hat Feuer. Ne, das habe ich schon. Sonst noch irgendwas hier? Das ist ein TIE Fighter. Na gut, dann gehen wir weiter. Ups! Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was war das denn? Ist das ein Spinner oder so? Oh, da ist der Mikro. Stormtrooper. 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 Ja, ist sie ja. So, gucken wir mal unsere Ausrüstung an. Schauen wir mal was Neues. Oh, Schild und Bleckanade. Geil. Ok, was kann ich denn falsch halten? Ähm, ich habe... Was ist das? Scan. Äh, ne, Schild. Da verstehe ich aber Scan. Ne, Scan will ich behalten. Scan ist gut. Was ist das? Aha. Pulskatunde verliere ich. Ich bekomme quasi das hier, Leute. Ja, das ist mal aus. So, was ist denn? Was ist das? Blendgranate. Das heißt, ich meine, auf die Gegner blenden und gegen Schaden verursachen. Störungen, Aufsperrung, Aufsperrung. Aha. Ne, das ist so Kontakt. Das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das ist jetzt. Störungen, verzierte... Kontakt. Ne, das will ich nicht. Also wenn, dann will ich das hier aktiv werden, aber... Ich weiß nicht, ob das geil... Lass mal einfach mal. Waffe passt noch so weit, denke ich mal. Ha. Gut, was muss ich denn einnehmen? Ja. Ich muss... Ich muss das mal einnehmen. Für das Imperium! Da müssen wir das ja einnehmen. Boah, der hier COD, ey. Geil. Oh shit. Ja gut, da war ich natürlich ein Sniper besser gewesen. Aber... Anne... Ja, ich habe die... Ah, der mit dem... Ich hab ja das Ding weggegeben. So, da ist einer Offizier... Ah, du. Das Awek. So, du da. Äh... So, bam. Huuuuh. Ähm, 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 F2. Äh... Bumms. Ouuuut... Ne. Äh... Ach, ich wollte mich? Oh ja. Ähm... So. Okay, wer war... Bumms. Zack. Weg nicht mehr mit dir. So. Hä? Nein, der steht immer noch. So. Okay, jetzt ist der kaputt. Tuch! So. Boah! Was ist das denn? Ah, das ist also eine Flash. Okay, gut zu wissen. Hä? Hä? Was schießt denn? Da. Ey, die sind aber auch... Echt schwer zu sehen. So. Ich schwör zu sehen. So. Und Kämpfer. Ja, komm. Oh. 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 Was ist das? So. Bumms. 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 So was? Nein. Heiß. Gut. Das ist da. Ich bin hier für eine Show. Alter. Ich bin hier für die Scheiße. Was das? Aha. Was das? Okay. Das? Okay. Ähm. Jetzt will ich aber doch mal suchen. Vielleicht ist ja irgendwo ein Achievement oder sowas. Das ist der Bro. Ich will erst gucken, ob hier noch was ist. Was ist hier? Ah, ich wusste es. Immer zweimal gucken. Wichtig. Nice. Meilensteine. Cool. So. Jetzt können wir gehen. Ja, jetzt ist es okay. So. Let's go. Ah, okay. Fahrstuhl. Aber keine Fahrstuhlmusik. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Das kannst du auch von hier unten sehen oder wie? Ach. Hä? MPL? Aha. Was ist dann MPL? Das... Ah, das ist der Werfer. Okay. Nee, das will ich. Ähm. Du bist geschockt. Du bist gekillt. Du auch. Uh. 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 Du bist auch. Du bist auch. Boah. Hättest du auf die Entfernung. No problemo. Oh. 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 Das geht mir auch. Wer ist dann einer? Was geht einer? Das geht einer. Das ist doch einer. Das ist eigentlich. Das geht mir nicht. Okay, das war jetzt ein Backanschein. Weil... Wie wir vorher noch nicht. Ähm. Arschloch Wird der Ding der vorne nerven schon wieder Oh oh Granate Oh das ist einfach einer Leute Finde ich aber jetzt hier echt ein bisschen Blöd ne also Hier müssen wir jetzt nicht so auf die Paläne Hallo Auf da ist er Let's go Geil fliegen Jetzt kommt bei super epic Luftkampfszenen oder wat? Ach heille Oh jetzt zieg ich mal eh ich oder was? Oh je 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 oh what the fuck Okay Steuern Ah ja Navigieren ja wow Hoppala So will ich mich nicht wird ähm Keine Absicht Weniger Okay Also wie und ist Ah ok ist die Anzeige Also wie und ist ist ähm Ah ja hier voller Schub Wie und ist Wie langsamer ständig ist so Es ist schneller als die Äh besser sind die Gurken Oh das ist ja jetzt ähm So Triebwerke ausgefallen Klang sehr ähm erotisch Muss man so einfach mal sagen Hä Ja du kann ich sehen Ja warte Also ich finde der ähm Der der also der wie heißt der äh ich Miko Ist so der 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 Ruhe Äh Symbol hier in dem Trop Und ähm Der Hass ist so dieser 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 Tauge nichts Also der Das ist dieser Wie nennt man das Ähm Der Aufreißer quasi Also wenn der in der Schule Oh das ist cool Boah geil Unser schönes Was ist der denn da Oh Okay also in den Geistschießen Haben wir hier gelernt Boah Ja gut dann nehmen wir vielleicht auch mal die Bombe Ne Macht mehr Sinn Allgemeine Fuck Was haben wir eigentlich als ähm Ausrüstung Autsch Leute ist okay Ihr müsst mich nicht beschissen Ich bin ein guter Ich bin für Greenpeace Leute Okay Moment 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 Ich bin doch voll drauf So was ist das F1 Nachbarn Lasersperrfeuer Kühlköpfe Okay Ja was auch mal Das heißt Junge Eltern Nervt das So weißt was Probier einfach mal out Was ist 3 2 1 Go Macht gar nichts Achso das ist Nicht überhitzt Okay Na ist das Gut So probier mal raus Was eh ist Okay Nice Kann man mal machen Aber äh Muss man nicht Diese Nervensegen Alter So Aber ich muss noch Hier Ähm Wo soll das denn Hä Hier ist gar keiner mehr Wow Oh Ähm Ähm Oder Sagen wir ähm Der der Hask ist dieser Quasi diese Taugen In der nächsten beiden Also der Ich glaube der wird ähm Immer noch so ein bisschen gegen uns stacheln Weil wir das äh Ja verraten haben Und so Sie wollten mich sehen Sir Nur zu Der Embrado ist tot Und was passiert jetzt Wir schlagen zurück Commander Das Imperium wird die Wurzel Des lächerlichen Selbstvertrauens Der Rebellen Mit Stumpf und Stil Ausreißen Sag mir Heiden Was ist die Quelle Ihres Glaubens Hoffnung Korrekt Die Präsenz des Abgesandten Ist eine Ehre Eine die ich mit meiner Tochter teile Das ist unser Vater Cool Das war ja schon mal Kein Trailer Erlebt er jetzt? Sofort beginnen Widerstand Rebellion Ungehorsam Dies sind Konzepte Die keinesfalls Weiter bestehen dürfen Sie sind lediglich Eins der Werkzeuge Die diese Ideen Tätigen werden Herr Das ist mein Abgesandter Er wird Ihnen Den Weg Zu Ihrem Ziel Weisen Operation Asche Ist der letzte Befehl Des Imperators Und der erste Schritt In eine neue Zukunft Was? Inferno Ist unerlässlich Für unseren Erfolg Was ist das Ziel? Sie sind nicht Revitiert WTF Ist okay Mach jetzt mal kein Harkisch Vorerst Das hier ist dein nächster Auftrag Er ist Ungewöhnlich Aber es sind doch Ungewöhnliche Zeiten Los Commander Tu was du am besten kannst Okay Was passiert jetzt? Zur Vorbereitung Auf Operation Asche Wurden wir zur Fondorwerft Beordert Agent Hask Sie und ich Beschaffen Experimentelle Satelliten Für den Sternenzerstörer Dauntless Und sorgen für die Sicherheit Von Moth Ray Agent Mikko Sie haben die Coruscant Mh 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 Sieht aber auch aus wie Äh Coruscant Oh Gott zu sagen Okay Vielleicht ist alles angeordnet Aber Diese äh Linke sehen sehr so aus Jetzt sind wir da Die Satellitenbooten gesichert Gute Arbeit Morph Ray Hat berichtet Operation Asche Kann laufen Wie geplant Ach ey Da kommt der große Blumme Aber Was ist der Plan Kommander Den Sterbenzerstörer Sicher Operation Asche Muss geheim bleiben Dann machen wir das doch mal Aber Das machen wir in der nächsten Folge Was ich gerade noch sagen wollte Ist Das sah jetzt 1 zu 1 aus Wie in der Beta Der Multiplayer Version Dieser Luftkampf Da Da gab es auch Imperial Air 500 Wo man den beschützen musste Und ich glaube Das war 1 zu 1 Die selbe Sequenz Ich bin mir aber nicht sicher Ich kann die Beta nicht mehr anspielen Weil es ist ja abgelaufen Ich habe ja nicht so normales Spiel Aber Ich bin mir ziemlich sicher Das ist 1 zu 1 Die selbe Sequenz Ohne Scheiß Ähm Ja Auf jeden Fall In der nächsten Folge geht es weiter Ich bedanke mich herzlich Für das Zuschauen Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Ähm Und Bis zur nächsten Folge Die wird dann Wie schon gesagt Ich habe keine Ahnung Sonst Irgend muss sein Irgendwann sein Und Ich hoffe euch allen Spaß Bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Bis bald.